Autos sind meine Leidenschaft. Mein Name ist Rico Dolch. Ich bin bei Drechselmayr angestellt als Qualitätstechniker und sorge mit meinen Kollegen dafür, dass das Produkt das Haus in Top-Qualität verlässt. Ich interessiere mich schon eigentlich, seit ich denken kann für Technik und ich schraube auch gerne in meiner Freizeit an Autos und Motorrädern. Vor Drechselmayr habe ich meine Ausbildung gemacht. Danach konnte ich schon erste Erfahrungen in der Produktion sammeln und habe dann meine Technikerschule gemacht. Meine Abschlussarbeit war der Umbau eines Go-Karts von einem Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb. Der Job ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ich komme mit vielen Kollegen zusammen aus unterschiedlichen Abteilungen. Man nimmt Fehler auf, man klärt es mit den entsprechenden Abteilungen ab, zum Beispiel der Entwicklung oder der Produktion und versucht dann den Fehler natürlich abzustellen. Ich kann hier mein Hobby mit der Arbeit verbinden und wenn ich am Ende das fertige Fahrzeug sehe, erfüllt mich das mit Stolz. Und das erfüllt mich mit Stolz. Vielen Dank.